Musik Liebe Alt-Ramfter, eine habe ich schon gesehen, Gott sei Dank. Und natürlich schon mal, liebe Gäste aus der Nähe und aus der Ferne. Ja, es werden ja auch noch Leute von ganz weit weg aufschlagen, habe ich gehört. Also, wir haben heute unseren weihnachtlichen Schlepper- und Erlebnismarkt in Alt-Ramf. Das erste Mal in neuer Form. Und ich hoffe natürlich ganz stark nicht das letzte Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020